Heute im Video ein Unboxing, eine Vorstellung des Techline R2 Atemreglers in der Sauerstoff Variante, so dass ihr ihn auch mit Nitrox und Sauerstoff verwenden könnt. Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support, eurem Tauchshop in München und natürlich auch online unter divesupport.de. Heute zeige ich euch den Techline Atemregler R2 in der Variante, so dass er auch problemlos mit Sauerstoff und Nitrox betrieben werden kann, vom Hersteller eben hier als Sauerstoffautomat verkauft wird und das macht es natürlich dann immer viel praktischer, dann hat man keine Probleme, habe ich den richtigen Atemregler. Aber ich möchte euch das Ganze einfach nochmal zeigen, auch in der Kombination wann er verwendet wird. Es ist hier ein Stage-Regler, aber da gehe ich dann noch ein bisschen drauf ein und dann schauen wir uns den Automaten einfach zusammen an. Wenn euch solche Videos mit Tipps, Tricks und Informationen rund ums technische Tauchen oder ambitionierte Sporttauchen interessieren, dann abonniert doch einfach unseren Kanal und wir können euch immer informieren, wenn wir ein neues Video hochladen. Jetzt aber zum Atemregler. Er kommt hier in einer grünen Verpackung, in einem leuchtenden Grün, so dass man schon sieht, hier ist ein bisschen was anderes, wie sonst das Ganze immer im klassischen Schwarz ja alles gehalten ist, auch bei den Atemreglern. Und wir haben hier vorne schon O2-Setten mit draufstehen, so dass ganz klar ist, hier haben wir jetzt einen vom Hersteller gedachten Lungenautomaten, der auch so vorbereitet ist, dass er mit Nitrox, dass er mit reinem Sauerstoff betrieben werden kann. Der R2 ist einfach eine erste Stufe, zweite Stufe, also ein Automat, der dafür gedacht ist, als Stage-Regler eingesetzt zu werden, also für die Dekompression oder eben auch, wenn ihr sagt, ihr wollt einfach eure Sicherheit, eure Dekompression noch ein bisschen, die Sicherheit erhöhen, dann könnt ihr auch eben mit Nitrox oder Sauerstoff zum Schluss noch ein bisschen mit einer Stage dekomprimieren und dazu ist dieser Regler hervorragend geeignet. Machen wir das Ganze hier mal auf. Wir haben das Ganze also hier sehr ordentlich eingepackt in Luftpolsterfolie, so dass wir jetzt den einfach hier mal rausholen und dann schauen wir, ob wir noch irgendwas darin finden. Und nachdem es ein Set ist, also ein komplettes Set, so dass ihr es auch für die Stage verwenden könnt, so wird es vom Lieferanten von Techline auch beschrieben als Stage-Set, das was wir hier anbieten, ist dann auch noch ein Finimeter mit dabei, so dass ihr wirklich die Lungenautomatenseite, die Automatenseite hier komplett abgedeckt habt. Es ist dann alles mit dabei, was ihr braucht. Aber das sehen wir uns jetzt noch im Detail an. Was haben wir hier sonst noch drin? Wir haben noch eine Anleitung natürlich mit dabei und dann müsste es erst eigentlich gewesen sein. Gehen wir das Ganze hier mal durch. Am einfachsten fange ich jetzt hier mit dem Finimeter an. Das hier ist ein ganz normales 52er Finimeter, so wie wir es gerne eben bei der Stage verwenden. Es ist relativ klein. Es ist natürlich schon die dicke Variante, aber das schadet bei der Stage auch nichts. Und insofern ist das dann schon der passende Finimeter für eine Stage. Und dann habt ihr hier einen relativ kurzen Hochdruckschlauch mit dabei. Der ist hier 20 Zentimeter lang. Es würden wahrscheinlich auch 15 Zentimeter reichen. Aber wenn der Hersteller das hier schon so als Komplettset Sauerstoff anbietet, dann würde ich das da auch so verwenden und so mitnehmen. Und wenn er natürlich ein bisschen länger ist, der Schlauch, dann tut man sich auch leichter, ihn zu knicken. Wie wenn das jetzt hier der 15 Zentimeter ist, der so der Standard ist, der auch sicherlich ausreichend ist. Aber da ist gerade beim Gummischlauch dann das Knicken schon immer sehr, sehr hart, sehr eng. Und das geht natürlich, wenn er ein bisschen länger ist, deutlich leichter. Weil in der Regel bauen wir ja solche Automaten so zusammen, dass wir hier oben versuchen, den Fini irgendwie an der ersten Stufe zu montieren und dann hier umgedreht unten mit dem Hochdruck reinzugehen. Also so werden ja die Stage-Automaten normalerweise zusammengebaut. Aber dazu kann ich ja mal ein separates Video machen, wie man so einen Stage-Automaten am besten zusammenbaut. Also wie gesagt, wir haben hier gleich den Finimeter dabei und auch mit dem passenden Schlauch, sodass wir hier automatenseitig für die Verwendung mit der Stage überhaupt nichts mehr extra brauchen. Jetzt aber zum Automaten. Die erste Stufe des Automaten hat hier einen drehbaren Turm. Das ist bei der Stage schon ganz praktisch, weil wenn ich sie hier an der Flasche montiert habe und dann der Schlauch nach unten läuft, dann kann ich den Schlauch wirklich schön aufräumen bei der Stage. Also er ist hier hinten an der Flasche, dann läuft das Ganze hier sauber nach unten. Wenn ich dann aber tauchen möchte oder wenn ich ihn zum Tauchen verwenden möchte, dann ist die Schlauchführung besser, wenn sie hier nach oben ist, weil die Stage hängt mir ja hier auf der Seite. Ich nehme das Ganze über den Kopf und kann dann hier wieder atmen. Also insofern ist es natürlich dann praktisch, wenn sich dann hier der Turm drehen lässt und ich damit einen deutlich besseren Komfort im Wasser habe. Es ist nicht zwingend notwendig. Es geht auch mit den anderen Automaten, die das nicht haben. Aber wenn das hier schon mit dabei ist, würde ich es jetzt insbesondere für die Stage nicht als Nachteil sehen. Ansonsten ist der Automat natürlich voll kaltwassertauglich. Er ist ein membrangesteuerter Automat. Und ja, also für die Stage wirklich ein Top-Automat. Wir beginnen ja in der Regel mit 21 Meter mit der Stage, mit einem 50er Nitrox. Bei extremeren Geschichten vielleicht auch noch eine Stufe tiefer. Aber damit sind wir auf jeden Fall locker in dem Bereich, was dieser Automat leisten kann. Vom Hersteller ist er getestet und zertifiziert bis 50 Meter. Und wie gesagt, als Stage-Automat, als Deko-Automat ist das mehr als ausreichend. In der Regel wird man erst bei 21 Meter mit der Deko beginnen. Das ist so für die allermeisten das Richtige. Und dann eben eventuell auf 6 Meter noch auf reinen Sauerstoff umsteigen. Und dann haben wir überhaupt kein Problem, diesen Automaten zu verwenden. Und halten sogar, was ja im technischen Tauchen auch nicht immer so ganz normal ist, halten sogar alle Vorschriften des Herstellers ein. Auf der zweiten Seite haben wir hier dann eine zweite Stufe, die hier relativ klein gehalten ist. Also nicht so große Dinger, wie es sie auch gibt. Relativ klein gehalten ist. Wir haben natürlich hier vorne zum Drücken, dass wir hier die Luftdusche drücken können. Wir können auf der Seite den Atemwiderstand einregeln. Also wir können uns hier das Ganze noch ein bisschen einstellen, sodass es das Ansprechverhalten für uns ideal ist, so wie man es gern hätte. Manche wollen etwas mehr daran ziehen müssen, damit Gas kommt. Andere möchten es, dass sie im Prinzip richtig aufgepumpt werden, dass der Automat sehr schnell reagiert. Das lässt sich dann alles hier einstellen. Das lässt sich auch unter Wasser einstellen, sodass man das Ansprechverhalten vielleicht, wenn die Stage aufgeräumt ist, anders einstellen kann. Und wenn man ihn dann länger benutzt, länger taucht, kann man hier vielleicht sogar noch ein bisschen dran rumdrehen, um hier seinen Komfort eben so einzustellen, wie man es gern hätte. Und dann haben wir hier noch einen Regler für den Venturi-Effekt. Also hier wird dann die Luftverwirbelung im Automaten ein wenig gesteuert. Und auch hier kann ich den Komfort ein bisschen einstellen, den Atemkomfort, so wie es mir am liebsten ist. Hier unten natürlich hier der Blasenabweiser, damit die Blasen schön links und rechts am Kopf vorbeigehen. Und das funktioniert dann auch ganz gut, wenn man den hier als Stage-Automaten aufräumt und dann ja hier das drüber läuft. Also es wäre vielleicht jetzt mit einer Flasche schöner gewesen, das hier Ganze zu zeigen. Wenn wir hier so ganz klassischerweise den Automaten aufräumen an der Stage, dann läuft ja immer hier ein Schlauch da durch. Und ihr seht, hier kann man ihn eigentlich ganz gut einklemmen. Das ist ganz gut gemacht, dass hier der Schlauch eigentlich recht schön am Mundstück vorbeiläuft. Und damit kann ich hier die zweite Stufe hier ein bisschen festklemmen mit dem Schlauch. Und damit passt das eigentlich wunderbar. Also der Automat ist schon so gebaut, dass er auch wirklich gut für Stages geeignet ist. Zurück nochmal zur ersten Stufe. Da bin ich vorher ein bisschen schnell drüber gegangen. Ich habe mir die Anschlüsse hier gar nicht richtig angeschaut. Und zwar, was kommt mit? Es kommt halt hier eine Staubschutzkappe mit, damit das Ganze hier ein bisschen gesichert wird. Und standardmäßig ist dieser Automat hier vormontiert mit einem EU-Nitrox-Anschluss. Also so, dass ihr hier EU-Nitrox-Ventile verwenden könnt. Und natürlich, das ist die Norm. Das ist der Standard, den die Industrie oder die Tauchindustrie vorsieht für den Anschluss von Nitrox-Flaschen. Und darum wird natürlich, nachdem er vom Hersteller als Sauerstoff-Nitrox-Automat geliefert wird, auch hier dieses Handrad entsprechend mitgeliefert. Es ist aber so, dass dann auch noch ein zweites Handrad mit dabei ist. Und zwar ein G5-Achtel-Handrad. Und dann könnt ihr hier, indem ihr einfach diese Schraube löst, das Handrad hier tauschen. Und könnt den Automaten, genauso wie er ist, auch auf einer G5-Achtel-Flasche montieren. Was ja für die Privatanwendung nicht das Problem ist. Und ihr seid in eurem Standard, was ja doch sehr oft im technischen Tauchen so verwendet wird, dass man eben bei allen Flaschen das gleiche Ventil verwendet. Und dieser Automat ist dann auch gleich dafür ausgelegt, dass dieses Bauteil mit dabei ist. Und insofern habt ihr alle Möglichkeiten, wenn ihr diesen Automaten eben kauft, dann habt ihr auch hier nochmal diese Zertifizierung, dass es für 100% Sauerstoff geeignet ist, dieser Automat. Und das passt dann auch an eure Nitrox-Flasche. Wenn ihr aber eben eine G5-Achtel-Flasche verwenden wollt, dann nehmt ihr einfach den anderen Anschluss und baut euch das dann um. Wie gesagt, das ist nur diese eine Schraube. Und dann könnt ihr ihn auch entsprechend verwenden. Ich finde den Automat wirklich eine gute Geschichte. Er ist sehr, sehr ähnlich von der Optik, von der Aufmachung zum Apex-Automaten. Ist aber ein sehr günstiger Automat. Und das Ganze dann eben wirklich hier mit der Herstellerzertifizierung, dass es für reinen Sauerstoff geeignet ist. Das gibt es natürlich auch von anderen Lieferanten. Ist aber dann oft sehr teuer. Und hier beim Techline bekommt ihr für relativ wenig Geld einen super Automaten, der gerade für die Stage, also für die Deko-Stage, wie ich gerade gesagt habe, wir fangen hier normalerweise erst ab 21 Meter an. Der Automat ist bis 50 Meter zugelassen. Also mit dem Automaten, da könnt ihr dann wirklich nichts falsch machen, dass ihr für den Stage, für den Deko einen super Automaten bekommt. Und das eben für relativ wenig Geld. Und darum finde ich eigentlich, dass dieser Techline immer ein bisschen untergeht. Darum wollte ich ihn mal vorstellen. Es ist dann für den Preis jetzt auch noch der Finimeter dabei. Er bekommt ein komplettes Set. Also ich finde ihn schön. Er ist wirklich gut gelungen. Und wir sollten hier uns das durchaus mal öfter anschauen, was auch Techline hier so macht. Ich habe dir ja mal in den Kommentaren geschrieben, ich soll ein bisschen mehr von Techline machen. Das ist jetzt hier der Einstieg. Wir schauen uns in der nächsten Zeit auch noch ein bisschen Techline Wings an, Backplates an. Das machen wir so jetzt über die nächste Zeit. Einsteigen wollte ich mit dem Automaten, weil hier Techline wirklich ein bisschen was Besonderes hat. Was er sonst bei den anderen Sachen, ist es ja immer sehr, sehr ähnlich. Da sind sich ja alle Hersteller sehr ähnlich. Aber hier finde ich wirklich, bekommt man für kleines Geld einen hervorragenden Automaten. Und auch wirklich mal einen Automaten, wo der Hersteller gleich sagt, das funktioniert mit reinem Sauerstoff. Das war es dann auch für heute. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Überblick über diesen Automaten bekommen. Bleibt noch ein bisschen auf unserem Kanal. Schaut noch andere Videos. Und bis zum nächsten Mal bei Dive Support. Und bis zum nächsten Mal bei Dive Support.